Heute machen wir Low End Mixing, das tiefe Ende und warum das so schwierig ist und was ich für Vorschläge habe, wie man es dann doch hinkriegt. Low End Mixing. Die tiefen Frequenzen, die sind schwierig zu mischen, schwierig zu hören auch. Mit Low End meinen wir natürlich den Bassbereich und Definitionen von dem Bereich ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wo man guckt. Ich habe jetzt auch mal nachgeguckt, ein paar Sachen gegoogelt, was die anderen so sagen. 250 Hertz liest man häufiger so, ab 250 Hertz abwärts, das wäre das Low End oder 200 Hertz vielleicht so in dem Bereich. Alle Frequenzen, die darunter sind, bezeichnen wir dann als Low End. Ja und je tiefer das wird, desto mehr fühlen wir den Bereich ja auch. Den hören wir dann gar nicht mehr so sehr, sondern den fühlen wir irgendwann. Das kennt man vom Festival, vom Open Air, von jedem Konzert, wenn der Bass so richtig Druck erzeugt, wie Wind eigentlich. Eine Schallwelle ist wie Wind. Das geht richtig schön in den Magen rein, so die Hosenbeine flattern ein bisschen, je nach Musikrichtung, je nach Lautstärke. Aber ist schon geil. Ich habe ja sehr, sehr lange live gemischt. Und so einen schönen 40 Hertz einfach aus einer lauten PA rauszuballern mit 18 Zolltieftönen, das hat schon was. Da hat man schon eine ziemliche Macht am Mischpult dann in so einem Moment. Das macht schon auch Spaß. Das ist der Bassbereich. Und ein Punkt, den wir erstmal nicht vergessen sollten dabei, ist, dass wir nicht alle Frequenzen gleich laut wahrnehmen. Wenn ihr eine 50 Hertz Schallwelle abspielt und ihr spielt eine 1 Kilohertz Schallwelle gleich laut ab, dann wird die tiefe Frequenz, die 50 Hertz Schallwelle, wird wesentlich leiser klingen. Tiefe Frequenzen wirken leiser als laute Frequenzen. Wenn ihr euch da ein bisschen reinlesen wollt in das Thema, gibt es die Fletcher-Mansen-Kurven. Das war eines der ersten Sachen, die ich damals gelernt habe, als ich Tontechnik studiert habe in der SAI Ende der 90er. War eines der ersten, was wir gelernt haben, Fletcher-Mansen. Die Kurven gleicher Lautstärke. Also sieht so aus, die Kurven hier zeigen uns, dass wir im Bassbereich mehr Schallenergie brauchen, um gleich laut zu wirken. Der Bassbereich braucht mehr Schallenergie, um gleich laut zu wirken, wie die Mitten oder auch die Höhen. Und je nach Gesamtabhör-Lautstärke ändert sich die Kurve auch noch. Das macht es natürlich noch ein bisschen schwieriger. Wenn ihr laut abhört, sind die Verhältnisse auch ein bisschen anders, als wenn ihr leise abhört. Zu dem Thema kommen wir gleich nochmal. Laut und leise abhören. Das heißt, wenn ihr jetzt nur eine 50-Hertz-Schallwelle in eurer DAW erzeugen würdet, eine 50-Hertz-Schwingung, und ihr exportiert die und macht eine LUFS-Messung, dann wäre die auch leiser als gleiche Lautstärke eine 1-Kilohertz-Schallwelle. Weil LUFS berücksichtigt, wie das auf Menschen wirkt. Wenn ihr eine simple dB-Messung machen würdet, wären die beide genau gleich laut. Wenn ihr eine LUFS-Messung machen würdet, wäre das eine lauter als das andere, weil LUFS ja dafür gemacht wurde, wie wirkt etwas auf Menschen. Ja, und das ist schon mal ein Problem. Also den Bassbereich nehmen wir auch ein bisschen anders wahr. Und da müssen wir mit mehr Energie ankommen. Und das schaffen ja kleine Lautsprecher dann oft auch gar nicht. Da müssen wir mit mehr Energie reingehen, damit das gleich laut wirkt. Und trotzdem funktioniert es leider nicht, und die Erfahrung habt ihr bestimmt schon gemacht, trotzdem funktioniert es leider nicht, einfach die Bässe aufzudrehen in einem Mix. Wir wollen einen fetten Mix haben, also drehen wir viel Bässe rein. Das ist leider nicht die Lösung. Und das wisst ihr wahrscheinlich schon, das geht komplett nach hinten los. Also das ist es schon mal nicht, einfach Bässe aufzudrehen, sondern da müssen wir anders rangehen. Und ich habe für heute einfach ein paar Tipps zusammengetragen, wie ich vorgehen würde oder wie ich euch empfehlen würde und auch was meine Erfahrungen sind, wie man mit dem Bassbereich zumindest ein bisschen besser zurechtkommt. Und ich möchte mal anfangen mit einer Betrachtung, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe überlegt, was sind die drei wichtigsten Faktoren, damit wir mischen können generell und natürlich im Bassbereich insbesondere, wo die großen Schwingungen, wenn ihr zurückdenkt an den Stream, das hat viel mit dem zu tun. Und wann war der Stream? Der war vor vier Wochen. So, hier Producer Network. Wenn ihr auf Live klickt, seht ihr alle Streams nochmal. Und ich meine jetzt hier Acoustic Basics. Raumakustik im Heimstudio und Teil 2, so verbesserst du die Akustik in deinem Heimstudio. Wenn ihr die nicht gesehen habt, schaut euch die beiden nochmal an. Zumindest den Hauptteil, wo es um die Raumakustik geht und warum die tiefen Frequenzen so schwierig sind im Raum. Weil die sich an manchen Stellen addieren, an anderen Stellen auslöschen. Und wenn ihr keine Raumakustik habt, habt ihr ein zufälliges Schallereignis an eurem Abhörplatz. Wie soll man da mischen? Geht schon mal gar nicht. Und das hat hier wieder was damit zu tun. Weil die drei wichtigsten Faktoren, um zu mischen. Gute Boxen, Raumakustik und ob man die Abhörsituation kennt. Ob man schon lange in derselben Situation arbeitet. Das wären meine drei wichtigsten möglichen Faktoren. Und ich habe jetzt ein Ranking gemacht. Und ich scrolle gleich runter, deshalb habe ich es jetzt hier so komisch angeordnet. Ich habe ein Ranking gemacht, wo ich am besten mischen kann. Wo meine Mixi am besten sind. Und das ist natürlich gleich eine große Überraschung. Den besten Mix werdet ihr machen, wenn ihr alle drei habt. Also gute Boxen, ihr habt Raumakustik und ihr kennt die Abhörsituation seit langer Zeit. Mit Abhörsituation ist natürlich die Kombination gemeint aus den Boxen und der Raumakustik. Also der Raum, in dem ihr seid. Oder die Kopfhörer, falls ihr es mit Kopfhörern mischt. Auf Platz 2. Wo würde man den zweitbesten Mix machen? Ihr habt keine teuren Boxen. Ihr habt Raumakustik. Und ihr kennt eure Abhörsituation. Das wäre der zweitliebste Platz, in dem ich mischen möchte. Also Raumakustik wichtiger als die Qualität der Boxen. Schon mal hier die erste Erkenntnis. Meine drittliebste. Und die ist vielleicht überraschend. Keine guten Boxen. Keine Raumakustik. Aber ich kenne den Raum. Und ich habe den schon seit vielen Jahren und weiß, wie es da klingt. Ich habe mich da dran gewöhnt. Habe da viel Musik gehört. Weiß, wie da gut gemischte Songs klingen an dem Platz. Kann man immer noch mischen. Und deshalb habe ich in Klammern dazu geschrieben. Plus Kopfhörer. Weil dann hätte man natürlich im Bassbereich das Problem, dass man da irgendwas hört. Deshalb mit Kopfhörern checken. Geht. Gibt es viele Beispiele. Geht. Wäre auf Platz 3 bei mir. Im Gegensatz zu Platz 4. Und das ist wahrscheinlich die größte Überraschung. Platz 4 ist teure Boxen und Raumakustik. Aber ich kenne das nicht. Ihr geht jetzt in ein 500.000 Euro Studio rein. Versucht da zu mischen. Euer Mix wird richtig beschissen sein. Geht einfach nicht. Man kennt den Platz nicht. Man weiß nicht, wie es da klingt. Man hat keine Verbindungen im Kopf zu guter Musik, die man da gehört hat. Wie klingt eine geile Kickdrum in diesem Studio? Wie klingt eine geile 808 in diesem Studio? Es fehlen einem komplett die Bezüge. Man hat keine Referenz. Deshalb ist das auf Platz 4, nicht auf Platz 3. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt in meinem Ranking hier. Lieber gar nichts, und dafür kenne ich das, als alles. Und ich kenne es nicht. Es kommt nicht aufs Geld an. Es kommt auf die Erfahrung an mit dem, was man hat. Und dann muss das nicht teuer sein. Ja, und wie es weitergeht, ist wahrscheinlich klar. Der nächste Platz wäre dann keine guten Boxen, aber dafür Raumakustik. Kenne ich aber auch nicht. Vorletzter Platz wäre dann teure Boxen und keine Raumakustik. Und ich kenne es nicht und am Ende natürlich gar nichts. Also, das Ranking von diesen drei wichtigen Faktoren, um einen Mix zu machen. Das Allerwichtigste ist, das zu kennen. Das Zweitwichtigste ist die Raumakustik. Das Drittwichtigste sind gute Boxen. Und ich sage das, da bin ich mir wirklich sicher dieses Mal. Also ich sage meistens, das ist meine Meinung und sowas. Bei dem hier bin ich mir einfach so sicher, dass ich sagen würde, das kann man fast als Tatsache sehen. Das würden euch alle bestätigen, die was mit Mixing und Mastering zu tun haben. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Steht hier vom Arda 808. Zwar in einem anderen Zusammenhang, aber passt perfekt gerade. Dafür stehe ich mit meinem Namen, für dieses Statement hier. Das war mir erstmal wichtig, weil Raumakustik, den Raum zu kennen und für heute, für Low-End-Mixing, vielleicht ein paar Bassfallen drin zu haben. Das ist 80% vom Low-End-Mixing. Ich erzähle euch jetzt gleich meine ganzen Ideen, die ich sonst noch hatte. Aber das ist alles nur 20% wert. Dass ihr ein paar Bassfallen habt und dass ihr den Raum kennt. Das ist 80% vom Low-End-Mixing. Und wenn ihr Bassfallen kauft, müsst ihr euch neu an den Sound gewöhnen. Dann dauert es wieder ein paar Wochen. Und dann habt ihr danach ein Upgrade. Dann mischt man erstmal ein paar Tage richtig schlecht, weil man sich wieder nicht wohlfühlt und das wieder nicht kennt. Aber nach ein paar Wochen kriegt man dann den Lohn zurück. Irgendwann werden die Mixe gut. Und Leute sind immer schockiert, wenn die zum ersten Mal Bassfallen haben. Wenn man zum ersten Mal den richtigen Bass-Sound hört, ist es total ungewohnt. Total wenig Bass erstmal. Es dröhnt einfach nicht mehr. Man hört das, was wirklich passiert. Da muss man sich dran gewöhnen. Sonarworks und generell irgendwelche Softwarelösungen, um den Raum auszugleichen, können nur eine Ergänzung sein zu Bassfallen. Das habe ich auch ausführlich in den zwei Streams besprochen über Raumakustik vor einem Monat. Hier, Raumakustik im Heimstudio. Das haben wir ausführlich besprochen. Könnt ihr euch nochmal anschauen. Also ich empfehle euch jetzt Sonarworks oder andere Softwarelösungen als Zusatz zu Bassfallen. Aber nichts ohne Bassfallen. Das schaffen die nicht. Erklärung war damals im Stream ausführlich drin. Müssen wir nicht nochmal machen. Also ich habe gesagt, Bass einfach aufdrehen funktioniert nicht. Aus mehreren Gründen. Ein Punkt ist, wenn ihr den Bass lauter macht. Den Bassbereich lauter macht, ist es umgekehrt genau dasselbe, wie wenn ihr die Mitten und die Höhen leiser macht. Das ist genau dasselbe, was klangmäßig passiert. Ihr könnt die Mitten und die Höhen leiser machen. Dann ist der Bassbereich auch lauter. Es geht ja immer um Verhältnisse im Mix. Und das wollen wir eigentlich ja auch nicht. Wir wollen ja nicht, dass die Mitten und die Höhen zu leise sind. Dann kommen die Vocals nicht richtig durch. Die Snare hat keinen Punch mehr. Die Hi-Hats sind nicht da. Und unten rum ist so ein Gedröhne. Ein zu lauter Bassbereich ist gut gemeint, aber geht komplett nach hinten los. Und der Song wird leise klingen nach dem Mastern. Leiser als er könnte. Weil der Bassbereich die ganze Schallenergie in Anspruch nimmt. Und dass da unten viel zu laut ist. Der Limiter reagiert fast nur auf den Bassbereich dann. Und ihr könnt gar nicht richtig limiten im Mastern. Ich habe das ganz oft, dass mir Mixe geschickt werden, wo ich ein bisschen Bass rausnehmen muss. Was ich ja machen kann im Mastern. Das macht man natürlich eher, wenn man keine gute Abhörsituation hat und sich unsicher ist. Aber ich habe heute jetzt auch, ich habe ja ein Spotify-Abo mittlerweile. Ein Kumpel hat mich ja bei sich reingenommen. Ich habe mich heute zum ersten Mal getraut, in die Modus-Mio-Playlist reinzuhören. Die ist ungefähr so schlimm, wie ich dachte. Und habe es auch nicht lange ausgehalten. Und muss aber auch sagen, selbst bei den ganz erfolgreichen Songs war ich mit dem Bassbereich oft nicht happy. Ich finde nicht, dass die alle gut gemischt sind, die da drin sind. Vielleicht die Hälfte, würde ich sagen, hat ein geiles Lowend. Und ich habe es mit Kopfhörern gehört, aber die kenne ich ja auch gut. Hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die da alle ein richtig schön ausgewogenes Lowend haben. Aber muss ja auch nicht. Es muss ja nicht immer alles perfekt sein. Eine schöne Regel, und wir können ja hier meine Tipps, können wir hier auflisten. Dann haben wir die auch nochmal schriftlich am Ende. Das habe ich jetzt auf Englisch, weil das habe ich so schön, ich finde das Zitat so schön. Don't boost what you can't hear. Wenn ihr die Sachen nicht mehr richtig hört und nicht das Gefühl habt, dass eure Boxen etwas richtig wiedergeben und ihr da richtig die Kontrolle habt drüber, seien es eure Boxen oder die Raumakustik, dann lasst die Finger einfach von dem Bereich. Dann macht es auf keinen Fall lauter, wenn eure Boxen da aufhören oder wenn ihr keine Bassfallen habt. Dann da unten was lauter zu machen, ist meistens keine gute Idee. Weil die Sounds, die wir verwenden und gerade mit Beats, die elektronisch sind und Hip-Hop und sonstige Popmusik, die elektronisch vorrangig erzeugt wird. Die Samples, die Libraries, die ihr verwendet, sind meistens ganz okay. Zumindest grob vom Sound. Wenn ihr A2A's verwendet, wenn ihr Kick-Drums verwendet, die sind meistens ganz okay. Der Plan ist nicht, dass ihr da 10 dB rein-eqt oder raus-eqt. Dann nehmt ein anderes Sample. Wenn die gut klingen, wenn die euch gefallen, wenn die auch auf Kopfhörern einigermaßen funktionieren und ihr unten unsicher seid, dann dreht da nichts rein. Dann lasst es einfach mal so, wie es ist. Oder verwendet halt... ...ne optische Hilfe. Verwendet halt irgendeinen Analyzer dann. Schaut euch das an. Und man kann ja auch Referenzen... Das wäre mein nächster Tipp gleich. Man kann Referenzen auch optisch nutzen. Ihr könnt euch Songs auch angucken. Man kann die nicht nur anhören und vergleichen, was ein ganz wichtiger Punkt ist für Slow-End-Mixing. Wo ich gleich noch dazu was sage. Aber ihr könnt Referenzen auch optisch nutzen. Das heißt, wenn wir jetzt hier abspielen, dann sehen wir ja hier das Frequenzspektrum jetzt von meinem Mix gerade. Und ich kann hier oben mir einen anderen Mix reinladen und kann dann hier hin- und herschalten. Wir können ja mal irgendeinen reinladen. Am besten nicht denselben nochmal, das wäre ein bisschen langweilig. Nehme mal den hier. So, und jetzt kann ich hier hin- und herschalten. Dann sehe ich jetzt zwei Kurven. Ich kann jetzt zwischen meiner Referenz und meinem gerade Mix hin- und herschalten und sehe aber immer hier meine Referenz eingeblendet auch. Diese zweite Kurve. Und das könnt ihr ja auch machen. Und natürlich ist es noch besser, wenn man gleichzeitig zuhört. Das ist natürlich die beste Lösung. Und dann kriegt man, so lernt man auch den Abhörraum kennen übrigens. Dann kriegt man auch ein Gefühl, ah okay, dieser sehr geil gemischte Song von Spotify, der sieht so aus und der klingt so in meinem Raum. So lernt man einen Raum kennen. So wird mein Raum eine Referenz. Und das funktioniert optisch genauso wie mit Zuhören. Und das finde ich brutal wichtig, den Punkt. Dass ihr Referenzen habt. Nicht nur optisch, sondern auch akustisch und zwar getrennt nach Musikrichtung. Eine Referenz aus einer anderen Musikrichtung hilft euch möglicherweise wenig. Wenn ihr jetzt einen richtig fetten Hip-Hop-Beat machen wollt mit 808, dann sollte eure Referenz auch in die Richtung gehen. Weil da wird der Bassbereich ganz anders stattfinden, als in einem Popsong mit so Radiosound zum Beispiel. Oder in einem Rocksong mit einem echten Drumset und einem E-Bass. Völlig anderes Lowend. Referenzen würde ich schon aus derselben Musikrichtung nehmen. Da solltet ihr, wenn ihr Mixing-Ingenieur sein wollt, braucht ihr Referenzen quasi in jeder Musikrichtung, die ihr mischt. Da hat man eine ganze Liste von Referenzsongs irgendwann. Und um die reinzuziehen jetzt in das Plug-in gerade, braucht ihr die als File, Wave oder MP3. Besser wäre natürlich Wave. Und meine wichtigsten fünf Referenzsongs habe ich alle als Wave-File. Die kann ich auch auf meinem Handy mitnehmen als Wave-File. Ohne irgendeine MP3-Komprimierung, ohne Codex. Ich will das Original-Wave-File haben. Ohne, dass da schon MP3, wo wieder irgendwas, ein bisschen Qualität reduziert wurde und sowas. Und dann kann ich die einerseits, wenn ich irgendwo anders bin und erstmal den Sound in einem anderen Studio kennenlernen möchte, brauche ich ja auch eine Referenz. In dem Fall wäre der Song die Referenz. Dann spiele ich meine Songs ab als Wave-File, höre mir meine drei, vier Referenzsongs an in diesem neuen Studio und habe zumindest einen groben Eindruck, wie funktioniert es in dem Studio. Oder wenn ich live mische, die Anlage in der Halle. Spiele ich meine drei, vier Referenzsongs ab und lerne erstmal den Sound in der Halle kennen. Was ja wieder eine Kombination ist aus Lautsprechern und Raum. Immer dasselbe. Ist egal, ob man da live arbeitet oder im Studio. Also ganz wichtiger Punkt, Referenzen. Das sind Songs, sind eine Referenz, so wie ich es gerade erklärt habe. Eure Abhörsituation ist hoffentlich eine Referenz. Und eure Kopfhörer können genauso eine Referenz sein. Und dann vergleichen wir unsere Mixe immer mal wieder. Low-End vergleichen. Und da habe ich nachher noch einen ganz besonderen Trick, wie man Low-End mit anderen Songs vergleichen kann. Also Referenzen, aber auch optisch. Nicht nur mit Zuhören. Das Low-End ist sehr, sehr, sehr stark abhängig von der Musikrichtung. Und dann sucht euch welche aus, wo ihr denkt, die haben ein perfektes Low-End. Das müssen nicht die erfolgreichsten sein. Wie gesagt, meine heutige Erfahrung mit der Modus Mio-Playlist nicht so gut. Sucht euch einen Song aus, wo ihr sagt, das ist mein Low-End. Und testet es auch mal auf verschiedenen Abhören erstmal. Und dann ist das immer wieder euer Song, den ihr als Referenz nutzt. Nicht irgendwie ständig einen neuen nehmen, weil der noch mehr Klicks hat. Referenzen funktionieren nur dadurch, dass wir die seit Jahren kennen. In- und auswendig. Und dann ersetzt man die auch nicht mehr. Ich habe meinen wichtigsten Referenzsong, verwende ich seit 1998. Und da interessiert mich jetzt auch nicht, ob die von heute besser produziert sind. Ich habe auch moderne Songs natürlich in meiner Liste von Referenzsongs. Aber mein Hauptsong, mit dem ich am meisten beurteilen kann, ist derselbe seit 1998. Dann finde ich einen sehr guten Tipp. Und da kommen wir wieder auf die Geschichte mit den Kurven gleicher Lautstärke zu sprechen. Was ich euch hier vorhin gezeigt hatte. Die Fletcher-Mansen-Geschichte. Dass wir nicht alle Frequenzen gleich laut wahrnehmen. Und dass das Ganze auch noch je nach Abhör-Lautstärke anders abläuft. Jeder erfahrene Mixing-Ingenieur wird euch bestätigen, dass wir lautstärke Entscheidungen besser treffen können, wenn wir leise abhören. Manche Sachen hören wir lieber laut ab beim Mischen. Wenn ich die Main-Vocal-Spur EQen möchte oder komprimieren möchte, dann will ich Details hören. Dann mache ich die Solo und höre die laut, um eine Störfrequenz zu finden. Aber wenn das erledigt ist und wenn es dann darum geht, wie laut ist die Stimme jetzt im Instrumental, wie laut mache ich den Beat, wie laut mache ich die Stimme, dann gehe ich erstmal runter mit der Abhör-Lautstärke auf so eine Zimmer-Lautstärke. Weil wenn ihr laut abhört, klingt es immer irgendwie geil. Und dann finden die Vocals immer irgendwie ein Plätzchen und die Kickdrum schiebt trotzdem, die 808 ist trotzdem fett und ihr habt vielleicht die Vocals viel zu laut. So passiert es mir häufig, wenn ich zu laut mische. Und dann macht ihr leise und merkt auf einmal, okay, mein Beat verschwindet ja völlig, wenn ich leise abhöre. Schlechte Entscheidungen getroffen, weil ihr zu laut abgehört habt und die Ohren komprimieren, die arbeiten wie ein Limiter irgendwann, wenn das richtig laut wird, die entstufen können, limiten. Alles mögliche kann passieren. Ja und laut hat es halt einfach immer Power. Das gilt nicht. Das gilt nicht. Das ist Cheaten. Es muss so gut gemischt sein, dass es leise auch Power hat. Dann ist der Mix gut. Wenn euer Mix leise auseinanderfällt, ist es kein guter Mix. Ein Mix zu machen, der laut funktioniert, ist viel einfacher als ein Mix zu machen, der leise funktioniert. Und das ist eine sehr, sehr gute Qualitätskontrolle und auch eine sehr gute Angewohnheit beim Mischen vom Low End. Leiser abhören mal, auch mit Kopfhörern, auch wenn ihr mit Kopfhörern arbeitet, auch mal leiser abhören zwischendrin. Man kriegt ein viel besseres Gespür für die Lautstärkeverhältnisse. Und in so einem Mix, wo viele Kompressoren drauf sind, wo es nicht mehr viel Dynamik gibt, da macht ein dB Unterschied eine Menge aus, wenn ihr euren Vocalbus ein dB lauter macht. Das ist richtig viel auf einmal, wenn alles so glatt komprimiert wurde. Ich mache manchmal Vocalbus dann 0,3 dB gegen Ende vom Mix. Und danach habe ich das Gefühl, jetzt sitzt das wirklich. Und das ist nicht eingebildet in dem Fall. Ich bilde mir auch oft genug Sachen ein beim Mixen, aber das nicht. Da hört man wirklich 0,3 dB Schritte dann am Ende vom Mix. Und ich würde euch empfehlen, das möglichst früh zu klären in eurem Mix. So früh wie möglich, zumindest so auf Plus Minus 1 dB, die Lautstärkeverhältnisse richtig einzustellen zwischen Vocals und Beat. So früh wie ihr es schafft im Mix. Weil daraus resultieren alle anderen Entscheidungen. Daraus resultiert das Ganze auch Low End. Das ist die wichtigste Entscheidung, sind Lautstärkeverhältnisse für den ganzen Mix. So, dann zeige ich euch jetzt diesen Spezialtipp, von dem ich gerade gesprochen habe, was man im Mixen machen kann. Und zwar, weiß ich nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber fand die Idee auch lustig und aufschlussreicher, als ich es erwartet hätte. Dazu gehen wir mal in einen richtigen Mix rein. Das war ein Song mit einer 808, den wir auch schon mal gezeigt haben. Ich brauche nachher noch die 808-Spur für einen anderen Tipp, aber wir nehmen zuerst mal den ganzen Mix. Und ich spiele euch den mal leiser vorerst mal. Morgen in Berlin, dann wirtschaften Mio Streams auf, geht zum nächsten Ziel, habe viel ausprobiert, nicht qualifiziert. Gut, jetzt nur bei mir leise, ne? Das war euch schon laut, aber ich nehme mal Kopfhörer, dann muss ich nicht die ganze Zeit mein Mikro muten. So, vielleicht erinnert ihr euch an den Mix, den habe ich ja auch mal gezeigt im Stream. Mein Tipp ist jetzt, den ich gelesen habe vor Jahren schon, das hier zu machen. Auf dem ganzen Mix, alles außer den Bäschen abzuschneiden und dann Kickdrum und Bass erstmal in Ruhe zuhören. Das ist erstmal ungewohnt, was dann passiert. Wir schalten den gleich ein paar Mal ein und aus hier. Und dann lasse ich ihn mal vielleicht 20 Sekunden laufen mit diesem Filter drauf, der alle Höhen abschneidet. Der lässt nur die Bässe übrig, jetzt in dem Fall hier ab, wo habe ich ihn eingestellt, vielleicht 130 Hertz. Hört er so langsam dann auf mit den höheren Frequenzen. Und dann achtet mal drauf, wie viele Infos ihr kriegt und wie ihr wahrnehmt, was 808 und Kickdrum machen. Bass und Kickdrum. Wir starten mit dem Mix normal und dann schalten wir den EQ ein und aus. Zu euren Fragen komme ich dann gleich, wenn ich mit meinen Tipps durch bin. Das dauert vielleicht noch zehn Minuten ungefähr, würde ich schätzen. Und dann schaue ich mir eure ganzen Fragen an. Also, auf einmal kriegen wir hier eine ganz andere Information. Und das könnt ihr für den Mitten- und für den Höhenbereich genauso machen. Und das Ganze wird jetzt gleich richtig wertvoll, wenn ihr dasselbe mit euren Referenztracks macht. Also ich persönlich mag es gerne, so wie ich es jetzt eingestellt hatte, dass die Stimme gerade so verschwindet. Weil wenn die tiefen Frequenzen der Stimme noch mit drin sind, das irritiert mich. Ich könnte auch einfach die Stimme muten im Mix. Würde natürlich genauso gehen. Low End für solche Musikrichtungen ist Bässe und Kickdrums. Was anderes ist da ja nicht. Aber die sind trotzdem unendlich wichtig, die beiden. Und ja, dann vergleichen mit Referenztracks, die genauso abschneiden. Und darauf achten, dass ihr beides ungefähr gleich laut hört, euren Song und den Referenztrack. Und auf einmal kriegt ihr ganz neue Infos. Wie laut sind die Kickdrums im Vergleich zu 808? Welche Frequenzen werden vielleicht in der 808 ein bisschen freigemacht für die Kickdrum? Oder auch andersrum? Und wie klingt die Kickdrum? Auf einmal kriegt man diese ganzen Infos, weil im kompletten Mix das rauszuhören, ist viel schwieriger und viel anstrengender auch. Und ja, der Tipp ist unendlich simpel irgendwie, aber kann so effektiv sein. Einfach sich mal wirklich darauf zu konzentrieren dann, weil gerade für moderne Musikrichtungen geht ja gar nicht ohne. Euer Low End muss auf dem Punkt sein und ist trotzdem gleichzeitig das Schwierigste zu hören, wenn ihr kein professionelles Studio habt. Und hier kann man sich wirklich helfen, indem man das einfach alles abschneidet. Ich habe es an einem anderen Beispiel auch nochmal vorbereitet, an dem Mix, den wir auch im Stream gezeigt haben. Habe ich es auch mal drauf gemacht, um zu schauen, wie es da funktioniert. An den Song erinnert ihr euch bestimmt auch noch, den wir mit dem Jonas gemacht haben. Ich spiele den mal ab und dann schalten wir das auch ein. Und ich bin mir absolut sicher, dass wenn ihr das bei euren Mixen mal macht, dass euch direkt in den ersten drei Sekunden ein paar Sachen auffallen. Vielleicht ist die Kickdrum zu leise im Vergleich zum Bass oder andersrum. Solche Sachen bemerkt man einfach viel leichter. Wenn man den Bereich isoliert sich anhört. Und dann probiert mal aus, ob euch das vielleicht für die Mitten und die Höhnen genauso hilft. Man kann ja alles abschneiden aus dem Mix. Und vergesst nicht, das bei den Referenztracks auch zu machen. Und die dann auch mal vergleichen. Also das wäre mein nächster Tipp. Schreiben wir auf jeden Fall auch mit auf. Nur Bassbereich hören. Auch bei Referenzen. Also ein High Cut. Und zwar mit einer ziemlichen Flankensteilheit. Habe ich den hier eingestellt. Das ist jetzt nicht so sanft, wie ich die sonst meistens einstelle. So, ich habe die ja meistens hier so. Also wenn ich die als Low Cut verwende zum Beispiel. Aber jetzt hier habe ich die wirklich ziemlich, habe ich das ziemlich steil eingestellt. Weil ich will die Vocals weg haben und auch die Gitarren fast schon. Ich will da wirklich Low End hören. Aber stellt es so ein, wie ihr denkt, dass es in dem Fall gut passt. Das ist wahrscheinlich auch bei jedem Song ein kleines bisschen anders. Okay. Das war der Tipp. Dann habe ich einen lustigen Tipp. Ich weiß selber nicht, was ich von dem halten soll. Aber der kommt halt vom Richard. Von meinem Homie Richard. Wahrscheinlich einer der erfolgreichsten SAE-Absolventen überhaupt. Der hat jetzt sieben Grammys. Und ich habe den ja immer mal wieder in meinen SAE-Events auch zu Gast. Und interviewe dann gemeinsam mit den Studenten. Und der hat einen ganz tollen Artikel. Auf Englisch ist der mir irgendwie lieber. Aber gibt es ja auch auf Deutsch. Sucht mal nach 15 Mixing-Tipps von Richard Furch. Lest euch den mal in Ruhe durch dann. In Google einfach der erste Treffer. Auf Deutsch oder auf Englisch gibt es beides. Super Tipps von ihm. Und wie gesagt, ein Mixing-Ingenieur mit sieben Grammys. Da kann man mal zuhören und durchlesen. Und Tipp 14 von ihm ist fürs Low End. Tipp 14. Mixe lange ohne Bass. Interessant, ne? Er sagt, er findet es viel einfacher, wenn er den Bass erstmal weglässt beim Mischen. Und einmal ist es weniger anstrengend fürs Gehör. Weil die tiefen Schallwellen und gerade wenn ihr laut mischt, die sind einfach anstrengend. Die Ohren haben immer Druck, immer Druck. Und ständig, man wird sehr viel schneller müde. Das Gehör ermüdet viel schneller. Und dann trifft man auch keine guten Entscheidungen mehr. Man muss mehr Pausen machen, ist anstrengender. Man schafft weniger Songs am Tag. Aber er hat auch noch ein paar andere Argumente hier. Also lest euch das mal durch. Ich persönlich bin jetzt kein Fan, glaube ich, davon. Ich mache das nicht. Aber ich muss genauso zugeben, ich habe es nie so richtig ausprobiert. Wir nehmen es einfach mal mit rein. Wenn es vom Richard kommt. Weil jedes Mal, wenn ich den interviewt habe für die SAE-Events, waren immer ein paar Augenöffner dabei. Und er hat auch wirklich eine tolle Art, das zu erklären. Der war auch schon zweimal bei Dave Pensado. Kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Wenn ihr des Englischen mächtig seid. Habe ich gerade Genitiv benutzt. Krass. Wenn ihr des Englischen mächtig seid, dann schaut euch auch mal die zwei Auftritte bei Dave Pensado an vom Richard. Lange ohne Bass mischen, aber ich mache es trotzdem mit Fragezeichen, weil ich habe es nicht genug ausprobiert, um zu sagen, ob ich es wirklich als Tipp empfehle. Aber ich empfehle euch den ganzen Artikel von Richard auf jeden Fall. So, der nächste. Gilt auch nicht nur für den Bassbereich, aber auch im Bassbereich extrem wichtig. Löst eure Probleme in den Einzelspuren. Nicht auf der Stereosumme, nicht auf dem Master. Ich weiß, dass bei vielen von euch keine wirkliche Trennung stattfindet zwischen Mixing und Mastering. Und ich selbst arbeite ja auch so ähnlich, wenn ich beides mache. Dann gibt es einen fließenden Übergang, wo mein Mix so langsam aufhört und mein Mastering so langsam anfängt. Aber erst, wenn die Lautstärken sitzen, erst wenn der Bassbereich sitzt. Solange ihr da noch Sachen im Mix habt, wo ihr nicht 100% happy seid, löst diese Probleme in den Einzelspuren. Dazu haben wir die. Ihr habt immer Nachteile, wenn ihr sowas auf dem Stereobus versucht. Nicht den Bassbereich auf dem Stereobus e-cune. Macht es nicht, wenn ihr die ganze Session habt und die Einzelspuren. Findet heraus, was das Problem ist. Ist es die 808? Ist es die Kickdrum? Ist es die Kombination aus beiden? Müsst ihr das vielleicht sidechainen? Müsst ihr das e-cuen? Müsst ihr vielleicht Multibandkompression verwenden? Wir haben ja genug Werkzeuge. Und zu allen gibt es hier ein Video auf dem Kanal. In den Producer Basics gibt es zu jedem Tool ein Video von mir. Also 15 Minuten Video. Zu allem, was es gibt. Ganz am Anfang haben wir die gemacht damals. Aber hat sich ja nichts verändert seitdem. Und dann findet das Problem. Da lernt man auch am meisten dabei. Und dann löst das Problem in der Spur oder in den Spuren, wo das auftaucht. Und fangt nicht an, auf dem Stereobus jetzt den Bassbereich zu e-cuenen. Und da irgendwie Saturation drauf zu knallen. Und irgendwelche Zaubertools noch. Dann Soothe und hier und da. Sondern wenn ihr Mischen lernen wollt zumindest. Wenn ihr nicht für jetzt in dem Moment eine schnelle Lösung sucht. Sondern wenn ihr Mischen lernen wollt. Dann ist der beste Move natürlich das Problem zu finden. Und das Problem zu lösen. Und wenn ihr es nicht findet oder nicht gelöst kriegt. Dann fragt jemand. Der schon mehr Erfahrung hat. So lernen wir alle. Ganz normal. Oder meldet euch bei mir zum Kurs an. Mixing-Kurs geht es noch gar nicht. Haben wir noch nicht. Aber vielleicht nächstes Jahr. So, zum Mixing. Ist natürlich ganz klar. Low-Cut ist unser Freund. Ich schreibe es einfach genauso hin. Low-Cut ist unser Freund. Um die Probleme im Mixing zu lösen. Und da komme ich jetzt nochmal auf die 808 zurück. In dem anderen Track. Das ist die hier. Und ganz oft seht ihr sowas in Mixing-Tutorials. Oft aber auch nicht. Ihr müsst es richtig entscheiden. Ob ihr das braucht oder nicht. Das hat damit zu tun, wie ihr die 808 angeliefert kriegt. Und welche Library das war. Oft habe ich es auch nicht. Aber oft habe ich es. So ein sanfter Low-Cut. Der ganz unten diese zu viel Schallenergie rausnimmt. Wenn wir den mal rausnehmen. Und das ein bisschen übertreiben. Was da ganz unten passiert. Jetzt zeige ich euch mal, was in vielen Libraries passiert im Low-End. Das ist kein ausgewogenes Low-End. Das ist gut gemeint. Soll richtig schieben unten. Gib mal richtig Gas bei 40 Hertz. Aber was ihr damit erreicht, ist, dass alles andere einfach leiser wird. Weil das hier ist auf einmal das Hauptelement in eurem ganzen Mix. Sind dann die 40 Hertz da unten. Das ist matschig. Und alles andere ist zu leise im Vergleich. Und oft kommen die so an. Die 808s. Weil halt Leute denken, viel Bass hilft viel. Und dann ist halt das hier ganz häufig der Low-Cut. Also selbst auf den tiefen Sachen. Das kann auf einer Kickdrum sein. Das kann auf einer 808 sein. Und wenn der jetzt auf 25 Hertz steht, würde man denken, oh, der macht ja fast gar nichts. Aber 25 Hertz ist der Punkt hier, wo die 1 steht. Und ihr seht, der arbeitet ja hier auch schon nach rechts. Der macht bis zu 80 Hertz ungefähr. Nimmt der ein bisschen was raus. Also absolut im hörbaren Bereich. Und je tiefer es wird, desto mehr nimmt der raus. Und das ist oft eine sehr elegante Lösung. Und wenn es das mal nicht ist, könnt ihr ja auch das auf Shelfing EQ stellen. Und das dann so machen. Das passiert auch manchmal. Low-Cut oder Shelfing EQ. Je nachdem, welches Problem man genau hat da unten. Also durchaus auch erlaubt. Alles ist erlaubt. Aber durchaus auch sinnvoll auf den tiefen Signalen. Auf Kickdrum und Bass. Da kann mal ein Low-Cut drauf sein. Oder ein Shelfing EQ. Dann auch das Timing nicht vergessen, der Signale. Lange Kickdrums sind oft ein Problem. Und kommen sich mit dem Bass-Sound in die Quere. Da könnte man dann zum Beispiel auf die Idee kommen, mit Transient-Shapern zu arbeiten. Wenn wir uns hier mal die Kickdrum anschauen. Die ist, glaube ich, nicht besonders lang hier. Aber zumindest auch nicht ganz kurz. Also ich zeige euch an dem Beispiel mal einen Transient-Shaper. Nehmen wir mal den hier vom Neutron. Und da können wir ja zwei Dinge bearbeiten. Die Attack-Phase und die Sustain-Phase. Wir können auch mal noch einen einfacheren nehmen. Aber meistens sind die ja wirklich richtig einfach zu bedienen. Aber trotzdem sehr sinnvoll. So, nehmen wir mal die Legende vom SPL, die das quasi erfunden haben damals mit einem Hardware-Gerät. So, Attack und Release. Ach ne, der hat nur Attack. Okay, ne, den will ich dann doch nicht. Dann nehmen wir den von Native Instruments. So. Hier ist es schön. Attack und Release. Und dann könnt ihr die Attack-Phase betonen oder abschwächen. Und genauso die Sustain-Phase. Und wir machen mal beides, damit ihr hört, wie das klingt. Gut, Attack haben wir gar nicht wirklich. Die ist auch extrem dumpf, ne? Ach so, ich habe noch meinen EQ hier drauf. So. So ist mehr Attack. So ist wenig Attack. Und Sustain. Das Ausklingen. Das Ausklingen. Und das hier ist, worauf ich hinaus wollte. Hier könnt ihr eine Kick-Drum kürzer machen, indem ihr die Sustain-Phase reduziert. Ich lasse mal den Sustain auf minus 90 und dann schalten wir hin und her. Original Kick-Drum und dann mit dem Transient-Master. Die wird viel kürzer, ne? Und das hilft auch oft total. Wenn ihr zu lange Kick-Drums kriegt, um die zu mischen und dann habt ihr unten dieses Ausklingen von der Kick-Drum. Das kann auch geil sein, aber das kann einem auch in die Quere kommen. Und gerade wenn so lange Bass-Töne auch stehen, dann könnt ihr entweder das Side-Chainen, dass die 808 dann Platz macht für die Kick-Drum, aber manchmal kann auch eine gute Idee sein, die Kick-Drum einfach ein bisschen kürzer zu machen. Weil wenn das Attack einmal da ist, wenn die einmal im Magen drin ist, die Kick-Drum, wenn die einmal richtig schön geschoben hat, vielleicht reicht das wirklich, wenn die das nur eine halbe Sekunde lang macht. Vielleicht muss das gar nicht eine Sekunde sein oder wie lange auch immer. Also wir haben immer mehrere Möglichkeiten. Je nachdem, welches Problem wir haben, müssen wir halt dann die richtige Lösung finden. Aber das könnte auch etwas sein. Und Side-Chaining natürlich, der Klassiker. Da wisst ihr wahrscheinlich alle, was ich damit meine, dass immer, wenn die Kick-Drum kommt, der Bass-Sound ein bisschen Platz macht. Ganz unauffällig. Nur für den Moment, wo die Kick-Drum da ist, geht der Bass-Sound ein bisschen runter in den tiefen Frequenzen. Gibt es auch ein Video von mir auf dem Kanal hier zu Side-Chaining. So ein kleines Tutorial, wo ich das in Ruhe erkläre, falls es jemand noch nicht kennt. So, jetzt sind wir dann gleich durch. Und dann schaue ich mir eure Fragen an. Multi-Band-Kompression bin ich jetzt nicht der größte Fan. Die öfter zugucken, wissen das schon. Aber hat absolut eine Berechtigung natürlich. Und viele andere verwenden das die ganze Zeit. Mit Multi-Band-Kompression könnt ihr die Frequenzbereiche unabhängig voneinander komprimieren. Das heißt, ihr könnt sagen, der Bass-Bereich soll stark komprimiert werden. Und der Rest nicht so stark. Gibt es in ganz vielen Plug-Ins. Hier haben wir jetzt eh schon einen Neutron drauf. Da könnt ihr jetzt hier beim Kompressor sagen, okay, wir machen zwei Frequenzbereiche. Einen ab 200 Hertz abwärts. Und der kriegt einen eigenen Kompressor mit einer hohen Ratio, tiefer Threshold. Bass-Bereich wird richtig stark komprimiert. Okay, machen wir es lieber auf der 808. Das ist wahrscheinlich sinnvoller. Oder das sehen wir zumindest mehr so. Das heißt, jetzt komprimiere ich nur den Bass-Bereich und die Höhen nicht. Sowas kann man vielleicht auch überlegen bei einer Kick-Drum, bei Bass-Signalen generell, bei allem, was da unten noch stattfindet. Man könnte auch mit drei oder vier Bändern arbeiten, weil wir sehen ja im Analyzer, durch die viele Saturation auf der 808 geht die richtig weit hoch. Also easy, so bis zwei, drei Kilohertz ist da schon was los jetzt. Kommt auch der Stimme in die Quere, diese 808. Zwei, drei Kilohertz ist genau der Bereich der Sprachverständlichkeit. Also Bass-Sounds finden nicht nur im Bass-Bereich statt. Wenn wir uns den hier nochmal anschauen, genau so ist es. Unten 20 Hertz, oben 20 Kilohertz und hier sind unsere Signale verteilt. Und der Bass fängt ganz unten an, 30 Hertz vielleicht, und geht hier hoch. Das ist jetzt ein Beispiel halt. E-Bass vielleicht, keine Ahnung, 6 Kilohertz. Und Sprachverständlichkeitsbereich hier, so zwei, drei Kilohertz, ist der Bereich in dem hier, das sind diese wichtigen Mitten. Das ist jetzt zwar kein Low-End, aber da der Bass und die Kick-Drum da auch stattfinden, hat ja alles miteinander zu tun. Also da aufpassen. Und 200 Hertz ist auch so ein Bereich, wo sich alles addiert und aufschwingt. Den nehmen wir ganz oft raus. Ich sehe gerade aus dem Augenwinkel, der Michelangelo ist ein Mitglied geworden im Kanal. Herzlich willkommen und vielen Dank. Und ich schaue mir auch gleich den Chat in Ruhe an. Ich habe eigentlich nur noch einen letzten Tipp. Und dann können wir das machen. Dann kann ich eure Fragen anschauen. Und der letzte Tipp hat auch mit der 808 zu tun. Wir haben oft Probleme mit 808-Sachen, die zu mischen, wenn die Töne unterschiedlich laut sind. Und auf einmal sind die hohen Töne viel lauter oder wirken viel lauter. Vielleicht hat das was mit den Kurven gleicher Lautstärke zu tun, die ich eingangs erwähnt habe, dass tiefe Frequenzen leiser wirken, auch wenn sie technisch gesehen gleich laut sind. Oft sind es aber auch die Libraries, würde ich einfach sagen. Was ich mache, das ist ein bisschen Arbeit, da sitzt man kurz drei Minuten dran. Aber wenn ich 808 das Gefühl habe, ich habe nicht die Kontrolle über die 808, dann würde ich euch empfehlen, erstmal alles auszublenden, was ihr gerade nicht braucht. So. Die 808-Spur zu zerschneiden. Warum passiert das? So, jetzt. In moderner Musik gibt es ja nicht so viele Töne. Vielleicht vier verschiedene Töne. Und das heißt, ich würde meine Spur zerschneiden und wenn man im richtigen Raster den BPM angelegt hat, ist das meistens total easy. Also hier geht ein neuer Tone los. Man sieht es ja eigentlich schon. Und dann macht ihr euch eine neue Spur. Mache ich jetzt mit denselben Plugins, Duplicates, lösche die hier weg und ziehe mir alle Töne, die dieselbe Tonhöhe haben, auf eine Spur. Das heißt, ich hätte am Ende vier Spuren und auf jeder Spur wäre eine Tonhöhe. Oder es sind vielleicht mal fünf oder sechs auch unterschiedlich, je nach Song. Manchmal sind es nur drei. Und dann habe ich die komplette Kontrolle auf einmal über meine 808s. Dann kann ich jeden Ton einzeln EQ und für jeden Ton die richtige Lautstärke finden. Jeden einzeln komprimieren sogar, wenn ich das möchte. Und das klingt natürlich erst mal identisch. Wenn ich das jetzt abspiele, hört man nicht, dass das auf verschiedenen Spuren ist. Klingt 100% identisch. Ich ändere ja nicht die Audiodaten. Ich verteile die nur, damit ich flexibel bin beim Mischen. Und weil die 808s so ein wichtiges Element ist in moderner Musik, müssen wir die schon richtig auf den Punkt haben. Genauso die Kickdrum, die Snaredrum, die Highhats und die Vocals. Jetzt bei Rapmusik und bei Popmusik, je nachdem, was wir halt noch für ein Instrument haben. Das Main Sample würde bei Hip-Hop noch dazukommen und Gitarre, Klavier, was auch immer, das Hauptinstrument in einem Popsong. So vier, fünf Hauptelemente. Und mit denen mischen wir 90% der Zeit. Die ganzen 50 anderen Spuren, die könnt ihr am Schluss irgendwie dazu mischen. Die entscheiden nicht, ob der Mix geil ist oder nicht. Das entscheidet der Bassbereich, die Vocals, das Main Sample und dann noch Snare und Highhat vielleicht. Aber es ist auch eure Entscheidung und kann auch in jedem Song anders sein. Aber verbringt die meiste Zeit beim Mischen mit diesen Hauptelementen. Und ich fange mit dem Lowend ganz gerne an. Ich mache das relativ früh. Ich habe ja schon in vielen Streams gezeigt, wie mein Workflow ist bei Mischen. Und es geht eigentlich schon los mit den Hauptelementen vom Instrumental. Dann fange ich an mit Kickdrum, Snaredrum und Bass und Main Sample zum Beispiel. Höre mir vier Signale an und fange an, mit denen zu mischen. So geht es meistens los bei mir. Das heißt, den schreiben wir ja auch noch dazu, zu den konkreten Mixing-Tipps. 808s nach Tonhöhen auf eigene Spuren. Auch komplett underrated, der Tipp. Das dauert auch nicht so lange, wie man jetzt vielleicht denkt. Wenn man den Song schon im Raster hat, muss man ja immer zu Taktbeginn schneiden. Ganz einfach zu schneiden, nach drei Minuten ist das durch. Mit ein bisschen Erfahrung und ein paar Shortcuts in der DAW. Wäre das hier nochmal die Zusammenfassung meiner Tipps für Lowend Mixing. Und ich erinnere nochmal an meinen Einstieg. 80 Prozent ist der Tipp, man muss die Abhörsituation kennen und seine Referenzen kennen. Und alles, was hier steht, sind die restlichen 20 Prozent. Die sind auch wichtig, aber hilft euch alles nichts, wenn ihr nicht die Abhörsituation kennt und keine Referenz habt. Aber diejenigen, die schon länger zuschauen, wussten das ja eh. Die Abhörsituation